Sie, Herr Rinn, haben einen Stein entwickelt, der sich ganz leicht reinigen lässt. Und davon sollten Sie mich jetzt überzeugen. Das will ich gerne machen. Das ist hier unser Stein mit der Rinn-Teflon-Beschichtung. Und Sie haben ja hier einen ganz ungeschützten Stein bei sich. Gar keinen Rinn-Schutzfaktor. Gar keinen Rinn-Schutzfaktor. Da sehen Sie auch schon das Öl. Der Rotwein dringt in den Stein ein. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie schön sich das hier abreinigen lässt. Hier sehen wir schon den Rotwein. Ach, Sie brauchen noch nicht mal Wasser? Nein, hier brauche ich kein Wasser. Und selbst so hartnäckige Dinge wie Öl, probieren Sie es mal bei sich. Sie sehen schon, wie das eindringt. Sie haben auch nicht so viel Schmutz wie ich. Selbst das Motorenöl, Sie sehen es hier. Wir wischen uns, wenn wir da noch ein bisschen Wasser nachhelfen würden. Sie sehen schon bei Ihnen, der Schmutz, das Öl, das dringt in den Stein ein. Das überzeugt mich schon. Aber das hier müssen Sie mir auch noch beweisen. Das ist Kaugummi. Ja, auch so was geht deutlich leichter ab. Der ist jetzt hier von der Hitze gut angeweicht. Sie sehen, es ist kein Rückstand. Sie müssen da deutlich stärker reiben. Und wenn die erst mal richtig eingetreten sind, dann wird es immer gieriger. Geht eigentlich überhaupt nicht. Es verkrümelt sich nur. Und das kriegen Sie auch weg? Das kriegen wir auch weg. Ich bin überzeugt.